Die italienische Prinzessin und Modedesignerin Virginia von Fürstenberg ist im Alter von 48 Jahren verstorben. Sie wurde tot auf einer Hotelterrasse in Meran aufgefunden. Zum aktuellen Zeitpunkt wird vermutet, dass sie aus einem höheren Stockwerk des Hotels gestürzt ist. Die Nichte der Schauspielerin Ira von Fürstenberg und des Modeschöpfers Prinz Egon von Fürstenberg war Gründerin der Modefilmer Virginia. Virginia von Fürstenberg war bereits im Februar einmal verschwunden, kehrte dann aber wieder nach Hause zurück. Der Autor Gianpaolo Serrino, Freund der Verstorbenen, schreibt zu ihrem Ableben auf Instagram, Zitat, Virgi, geliebte kleine Schwester, mir fehlen die Worte. Du warst immer Poesie und Freiheit. Ich werde immer bei dir sein. Virginia von Fürstenberg war in ihrem Leben insgesamt dreimal verheiratet und hinterlässt fünf Kinder.